So, und weiter geht's mit einer neuen Runde auf Drain Crusade. Wir haben es gerade relativ spät, aber ich werde trotzdem noch eine Stunde aufnehmen. Eine Runde oder eine Stunde, je nachdem, müssen wir mal schauen. Es läuft gerade schon dieses Drainball-Event und so weiter. Läuft die ganze Zeit wieder, wenn es wieder Level-Cap-Erhöhung ist. Ah, ich hab gerade so ein bisschen blöd. Ich hab so eine Blase an der Unterlippe, innen. Und wenn ich gerade rede, berühre ich gerade die ganze Zeit den Zahn, das ist gerade echt ein bisschen beschissen. Aber gut, egal. Für FLY muss man leiden. So, ich hab... Alter, ich bin überfordert. Was haben wir hier? Attack, Attack und Müll, okay. Utility... Gott, Hilfe! Was ich hier eigentlich für einen Müll hab. Oh, gute Power-Ups, die meistens relativ teuer sind. Okay, dann werden wir noch eins machen hier, und zwar unser Pet. Mal zu versuchen zu rerollen. Change Pet-Levels, ganz wichtig. Ja, fünf könnten wir hier erstmal lassen, theoretisch. Aber, was weiß ich. Oh! Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay. Ähm, was brauchen wir? Wir brauchen einen... Gibt's Astria? Ja, es gibt Astria. Ähm, wir gehen nach Astria, oder? Würde ich sagen. Astria ist gut. HP sind leider ein bisschen schlecht. Ich... äh... Ha, 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 ha. Komm, ich will noch... Ich will noch... Treiben ist auf die Spitze, okay? Ich will entweder int, oder sta. Ach ne, ich brauch die komischen... Ja, ich brauch die Scrolls dafür. Kein Bock jetzt drauf. Ähm, dann ab mal einfach noch ganz kurz schnell... Die Suit... Ach ja, genau. Ähm... Haha, ich muss euch noch ein bisschen was sagen. Ähm... Hm, 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 hm. Also, ich hab Tramno gefarmt wie ein blöder. Ich hab 27 Runs gemacht. Ich hab drei Teile gedroppt. Eins gekauft. Äh, eins... Geschenk bekommen, oder so? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß es wirklich nicht mehr genau. Ähm, ja, äh, also... Auf alle Fälle, einiges aus der Gilde kam da. Ähm, die Wand, glaub ich, hab ja schon gezeigt. Die kam auch aus der Gilde. Und... Oh, 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 oh. Super. Perfekt. Dann haben wir schon mal... Zumindest eventuell gleich das ganze Set auf Plus... Äh, Plus 9. Plus 10 wäre natürlich auch noch schön, ja. Müssen wir mal testen gleich. Genau, ähm... Ich hab jetzt auf Plus 3 gemacht. Das können wir und müssen wir und sollten auch noch appen. Ich weiß, können wir es mehr bringen, diese... Oh, der hell. Die ganze Zeit fällt hier alles. Und jetzt, wo ich Geld hab... Joa, jetzt geht natürlich alles durch. Ohne Probleme. So, Set Plus 9. 3... 3. 2. 3. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 6. Da sind die Moons. Da sind die Moons. Wird schon mal so teuer werden, kann ich euch sagen. Plus 4. Plus 5. Plus 6. Ja klar. Da klappt es natürlich instant. Plus 7. Plus 8. Ja klar. Logisch. Okay, plus acht. Nicht schlecht. Also eine ist schon schlecht, das ist nicht schlecht. 4.000 Gears kommen jetzt, okay. Int, ja, int schon auch ganz gut aus. Ich würde sagen, die mache Richtung Winter Crusade. Einmal da und einmal da. 82. Wir können eigentlich, ich bin jetzt so krass equipped, es ist halt wirklich, es ist krasser, als ihr euch gerade wirklich vorstellt. Es ist wirklich um einiges krasser, als ihr denkt. Was wir gleich machen werden, ist nichts geringeres als komplette Zerstörung einfach. Ich bin übrigens auf pur int. Full int. Komplett Full int. Ich habe nur die Wand mit 19 STA erweckt. Habe ich sonst irgendwas mit STA? Ich glaube Pet haben wir erweckt mit 19 int. War richtig lucky. Ja, Sandtick-Petping noch 8% HP und STA. Aber ansonsten sind wir halt relativ gut ausgestattet. So, ähm. Was machen wir dann hier? So, so. So, Love Chocolate. Oh, jetzt geht's wieder los. Jetzt geht's wieder voll los. Fly for fun. Ja, scheiß drauf. Das Ding noch. Haben wir noch irgendwo eine Sprint-Scroll? So. Habe ich Upcut drin? Upcut habe ich drin. Wait. Irgendwas fehlt dir. Das fehlt noch. Äh. Habe ich das schon drin? Das habe ich schon drin. Okay. 11k HP nur. Okay. Ah ja, genau. Wir könnten noch eine Pride reinhauen. 12k HP. Und damit glaube ich sind wir schon ein bisschen besser dran. Ich hatte letztens irgendwie viel mehr HP. Ich weiß nicht genau, wo die hin sind. Keine Ahnung. So irgendwie im Urlaub oder so. Eine ganze Pet-Food, Mann. Äh. Ich hätte noch so viel sockeln können für eben gerade auf. Was machen wir mit so einem AOE-Schaden momentan? Das war nicht... Oh. Oh. Pfff. Ups. Achso. Uhuhu. Äh. Können wir noch Ringmastering was aktiviert? Ich bin gerade am Schauen. Moment. Da noch ein Premium. Scheiß drauf. Let's go. Oh. Die XP. Ich wollte gerade noch... Oh. Ringmaster jetzt wird es einfach... Das wird so krasse Zerstörung, was wir jetzt hier gerade machen. Das ist eigentlich... Eigentlich vollkommen illegal, was wir hier gerade tun. Das... Ähm. Ja. Ist einfach nur krank. Alter. Oh Gott. 33k AOE-Damage. Ich sehe schon, wie Psy-Keeper nach der Season genervt wird. Oder in der Season vielleicht sogar. Nächstes Update. Notfallwartung. So, ja. Psy-Keeper muss genervt werden. Aber fairerweise. Ich habe auch wirklich gequipt bis zum Umfallen. Aber wir sind noch nicht mal fertig oder so. Wo ist mein Pad? Wow. Ähm. Was hier noch am Potenzial drin ist? Das könnt ihr euch eigentlich gar nicht vorstellen. Das Potenzial, was noch drin ist. Kommt jetzt nicht sein. Oder die XP sind auch so krass irgendwie. Ja, komm, Alter. Was kriegen wir denn pro Mob? Viel zu viel. Ich weiß, ob ich damals einmal rumgeeiert bin und einfach nichts auf die Karte gekriegt habe. Ich weiß gar nicht, warum. Alter. Jo. 40. 40k. AOE-Damage. Wisst ihr was? Aber ich glaube, ich habe keinen Bock auf die Set-Parts. Denn die mal zu verkaufen von der Hand ist echt mega nervig. So. 87. Ah, Weapon Level Up. Ja, ja, ja. Wichtig, wichtig. So. Acht. Alter, schon 88. Das ist halt irgendwie auch schon wieder absolut broken. Was krieg ich eigentlich? Wahrscheinlich wanted, oder? Ah, ich krieg nicht. Dann müssen wir weiter zu den nächsten Mobs. So. 89. Okay, dann geht es direkt mal weiter zu den... Dann geht es direkt weiter zu den Mammuts, würde ich sagen, oder? Absolut. Und wie wird es so den Mammuts gehen? Wir sind doch genau... Fuck, ich kann verlaufen. What's the fuck? Wo bin ich? Da hinten muss ich hin. Ähm. Ähm. Also. Ich finde, Mammuts sind genau in unserer Level-Range. Das ist genau das, was wir uns eigentlich zutrauen können. Ich finde auch sowas wie Heal, also brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich hoffe jetzt nicht irgendwie so ein komisches, schwules Limit gibt, oder so. Das wäre jetzt echt kacke. Alter, aber schau mal an, was wir an Damage machen. Ich meine, 4K schaut es nach wenig aus, aber... Die haben halt nicht viel Damage, äh, nicht viel AP. Ich hoffe jetzt halt bloß nicht Posi backen, oder so. Das wäre jetzt ein bisschen blöd. Ja. Gutes altes Head & Run. Genau, schön. Auch noch die Kannis mitnehmen und so. Warum nicht? Why not? Gebt mir einen Grund, warum nicht. 14.000 Attack. Glatt die 14.000 Attack. 510 End. Oh, wir werden das noch Spaß haben. Wir werden auch richtig Spaß haben. Wir werden auf einmal den ganzen Spawn haben. Unsere Cast-Time mittlerweile mit... 125% Cast. Woher eigentlich? Warum eigentlich? Mit Action-Slot natürlich. Ah, ich habe keinen Actie drin. Habe ich in irgendeiner Weise einen Actie. Und das wird auch noch ein... Imperial Refresher. Ey, es ist... Es ist krank. Es ist... Oh, nee! Nein! Doch, wir kriegen XP. Oh! Oh! Ich habe mir gerade gedacht, wir kriegen keine XP. Holy shit! So, mal kurz ein Screenshot hier an. Catzy? Let's go. Geil. Das macht Spaß. Genauso und nicht anders. So muss man leveln. Jeder, der nicht so levelt, hat einfach keinen Plan. Catzy schreibt, Catzy mit dem Tower gelevelt. Catzy mit dem Tower. Braucht nicht jemand einen Set-Teil oder so? Ach, die ganzen kleinen Fliegen schon in meinem Zimmer. Wie ich die hasse. Ja, das ist halt... Schon zu sagen, dass es echt ein bisschen broken ist alles. Wie lange laufen wir jetzt? Sieben Minuten. Oh, ich feiere das gerade extrem. Kriegen halt nicht mal wirklich Schaden oder so, irgendwie. Ich weiß auch nicht mal, warum. 98. Hätte ich halt mehr Zeit und auch mehr Lust... Das heißt, Lust, Lust habe ich. Aber hätte ich mehr Zeit... Für Flyfe... Ich hätte da 99,9% der Flyfe-Spieler so abgezogen. Erster Tag direkt durchgezogen. Alles gefarmt. Jeden einzelnen Dungeon. Easy. Kein Problem. Nach einer Woche, nach der ersten Woche hier... ...wäre ich locker MVP. Das Problem ist halt, ich muss halt Real Life und das hier balancen. Das ist halt einfach das Problem. Und ich meine, ich kann es machen und so, aber... Ja, keine Ahnung. Ist ja kacke. Kann man machen, aber ist ja kacke. In meiner Situation ist es kacke, sagen wir mal so. So, 102. Oh. Not bad. So, 18k... Alter, 18k... Wir waren gerade bei 510 End, wisst ihr es noch? Jetzt haben wir 554 End. Wie viel Damage machen wir eigentlich? One-Head? Ach so, ja, gut. Ich habe übrigens, ähm... Im Tram Nook, also ich hatte auch noch volle Buffs und so hier, als ich das gefarmt habe. Also hier, Build Posts, also Seraph und, ähm, Force Master Buffs. Damage, Peak, momentan, was mir möglich ist. Warn, haltet euch fest. Übrigens ohne das volle Adapt-Z, da haben noch die 10% Attack gefehlt. Äh, 173k. 173k Bombs. Ist halt wirklich... Ist halt wirklich übel, irgendwie, finde ich. Also ich finde es halt wirklich... Ich finde es halt wirklich krass. So, nur 3. Ich finde die XP-Bienlangs ein bisschen wenig. Ach so, wir können auch etwas dagegen tun. Äh, Ringmaster anklicken. So. Okay. Vielleicht 18k HP, Mann. Wie gesagt, wir haben halt irgendwie nicht mal irgendwas. Ich weiß nicht, wo die HP herkommen. Was haben wir aktuell? Wir haben 161 SCA. Das ist nicht viel, irgendwie. Also es ist halt eigentlich echt nicht so wirklich viel, oder? Nee, also eigentlich nicht. Aber irgendwie, irgendwie skalieren die HP hier echt gut. Okay, wir haben halt... Ja gut, wir haben halt Möbel, wir haben auch Gildenmöbel und so. Ja. Hm. Trotzdem verstehe ich das nicht so hundertprozentig. Oh, ho, 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 ho. Wie die Dinge hier abgehen, Mann. Leider gibt es keine Rathesia, sonst würde ich jetzt komplett eskalieren. Ah ja, aber wir können noch ein Pferd gehen in 0,0. Wir brauchen... Okay, Party Skills auch noch. Wir brauchen, wir brauchen... Was brauchen wir denn überhaupt noch? Boah, denken. Was ist das? Damage Cap 13 Level, oder? 14 Level? Ja, 14, 13 Level, so. Ja gut, dann kann man noch ein paar Level hier machen. Und so... Ungefähr gleich dann zu den... Ähm... Mobs... Nee, wir können jetzt schon... Die sind ja nicht 120, wir können direkt durchziehen. Klar, klar, klar. Ich denke mal, dass die 120 sind, aber die sind ja nicht 120. Cursed Aminus. Cursed Aminus. Und direkt weiter geht's. So, Badge hier. So, Badge hier. Richtiges Badge auswählen. Das ist ein taktischer Nachteil. Jo. So... So ein bisschen hier... Quest Items Farmen und so. Ja, also... Ich meine, die Spawns sind natürlich ziemlich gut. Und Knochenpfad wird halt wirklich komplett insane. Ich meine, das ist hier eigentlich schon... Alles nur noch abnormal, was wir gerade tun. Ich weiß auch gar nicht, ob es eigentlich überhaupt möglich sein sollte, so. Das, was wir gerade machen, ist es... Ist es halt noch Let's Shit spielen? Ist es... Ich weiß nicht. Klar, ist es Let's Shit und so, aber... Sollte es halt irgendwie möglich sein? Bin mir nicht sicher. Und Level Up und Weapon Level Up und mehr Level Ups und mehr Weapon Level Ups. Oh mein Gott. Das ist einfach zu geil. Ich muss sagen, ich kann nachvollziehen, dass jemand letztens meinte zu mir, er levelt hier zwei bis dreimal schneller als mit einem Eler. Und ich wüsste nicht, was der Eler machen würde. Ähm... Um hier mitzuziehen. Keine Ahnung. So mag ich ein End. 565 End. Ich habe hier übrigens so viel Geld gefärmt. 18 Perin im Tramnok. Das heißt, wir können hier... Also ich werde Schmuck-Set up'n bis zum Umfallen. Ähm... Das machen wir vielleicht auch noch dann... Naja, diese Folge nicht mehr. Ich will mal früher ins Bett gehen eigentlich. Was auch super klappt. Wie man sieht. So. Und nächstes AOE. Warum eigentlich, äh... MP Refresher hier aktivieren? Braucht man nicht. Es ist zu krass. Ringmaster 98. Haben wir schon abgehängt? Nee, haben wir nicht, oder? Nee, haben wir nicht. Es ist halt echt zu heftig. 19 Kp. Ja, irgendwie kann man mitnehmen auch so. Warum halt nicht? Der steht hier einfach so kostenlos rum. Die müssen doch eh langweilig, oder? Ups. Ja. Nichts werden zu verziehen. Oh Gott. Irgendwie heilt mich das Pad gerade nicht. Ich weiß nicht warum. Ah ja, ich bin relocked deswegen. Ah ja, stimmt. Wenn wir jetzt 130 machen, dann kriegen wir sogar die, äh... Automatisch schon die Buffs. Oh, lol. Die Frage ist halt, wie lang brauchen wir so 130? Wahrscheinlich nicht lang, oder? Aber nicht voll MP. Ah, wir brauchen doch das, äh... Oh Gott, wo ist denn diese Scheiße hier? Autoparbs hier. Ähm... Refresher Hold. Achso, er ist schon down. Ups. Achso. Hoppla. 130 Kp-Bombs bei 6 Level drüben fahren. Ups. War da was? War da zufällig irgendwas? Ich kann mich hier gerade... Weiß nicht. Boah, wisst ihr, wie wir hier abgehen, wenn wir halt volle Buffs haben? Also, morgen spiel ich das erste Mal GW wahrscheinlich. 16.30. Also, für mich morgen... Morgen ist bei mir 6... 6. Juli. Also, heute... Also, ist es kompliziert. Morgen ist schon heute quasi. Und, ähm... 16.30, erste GW. Problem ist, dass ich ja kein GW-Set, kein PvP-Set, gar nichts. Ähm... Ansonsten ist es halt eigentlich schon ziemlich GG. So, Valley of the Risen. Dann Valley of the... Wo bist du? Valley of the Risen. Wir nehmen auf. 20 Minuten. Oh, das ist... Life could be a dream. Und wie war das? Das läuft aktuell einfach so super. Bestimmt, One hätte mich gleich irgendein Viech oder so. 580 int. Ey, wir haben noch so viel vor uns. Ich muss jetzt sagen, ich sehe halt echt gute Chancen, dass wir halt die nächsten Tage... Sorry, 700 int erreichen. Und zwar ganz easy. Alter. Aber das ist halt genauso, wie man halt Master spielen sollte. Achso. Pet war drin, deswegen so wenig AP. Wenig in Anführungsstrichen. Ja, ich finde die Mobs sind zu schwach. Die Spawns sind zu klein. Müssen weiter. Mehr Mobs. Größere Mobs. Größere Spawns. War da hinten nicht sogar Ratesia oder so ein Scheiß? Irgendwas habe ich gerade... Wo führt das hin? Oh, es gibt Ratesia. Lol. Ich war mir doch gerade klar, dass ich irgendwas verpasst habe. Mögst du direkt oder so? Ah, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Wobei ich ja gar nicht hundertprozentig sicher bin, ob das gerade eigentlich so die beste Entscheidung war, Ratesia zu gehen, weil die Spawns sind hier vielleicht sogar kleiner. Also die von 96 haben ziemlich gute Spawns. Aber... Also die XP, glaube ich, sind halt... Oder sind die vielleicht hier Rebellion? Wir werden sehen. Wenn es Mist ist, oder Mist war, dann gehen wir zurück. Ich weiß, ich level irgendwie nicht gerne im Knochenpfad. Ich weiß, die Spawns sind wirklich godlike teilweise. Aber... Ich bin wie Catzy. Wir sind nicht in der Tau, wir sind die Premium-Maps. So. Also dieses... Dieser Begriff schon Premium-Level-Welten. Das ist halt... Nur ein Level-Up? Wobei, ist es halt wenig oder viel? Keine Ahnung. Ich kann es nicht einschätzen. Ich habe keinen Bezug mehr zur Realität. Ich habe absolut keinen Bezug mehr zur Realität. Kein Plan. Ja, jetzt sind wir schon hier. Jetzt bleiben wir einfach da. Oder? Keine Ahnung. Ich sehe nichts mehr. Mann. 31.000 Maximum-Attack für Harlequin. Das ist krass. Ich bin bei 15k. Ich bin bei auch kein Harlequin. Ja gut, wir können hier eigentlich auch immer kleine AOEs machen, oder? Oh, 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 oh. 17. Muss sagen, geht er trotzdem schon. Ja, geht schon gut voran eigentlich. Keine Ahnung, ob wir da halt immer ein volles Level abschaffen pro AOE. Wahrscheinlich jetzt eher nicht mehr so. Aber wenn es halt schnelle AOEs sind, ist das auch okay irgendwie, oder? Die machen halt weniger Damage. Das heißt, wir sterben seltener. Beziehungsweise gar nicht. Was auch wieder bedeutet, weniger Flugwege. Was bedeutet, wir können durchleveln, ohne dass wir halt irgendwie... Ja, ähm... Ihr wisst schon. Unterbrochen werden. Ja, die XP ist langsam schon ein bisschen low. Nicht mal ein Level ab. Oh, oh, oh. Ah. Wie schaut der Int aus? 5 und... Ah, wir haben gleich 6 und Int. So. Ich habe halt echt kein Gefühl mehr für XP und Zeit und Level und... Ähm... Effizienz und whatever. Keine Ahnung. Leveln wir jetzt schnell, langsam? Ich kann es nicht sagen. Also, ich glaube, wir können hier leveln. Das ist... Es ist zufriedenstellend genug, finde ich. Ah, falsches Kill. Nein. Nein. Nicht im Action-Slot. Okay, nachdem nicht. Also nicht im... Überst schon. Und der 18 war der mal Hero. Nein. Bin ich am fällen, oder so? HP 21k ist okay. Ich frage mich halt, ob ich später dann irgendwo nochmal was umstatten muss. Ja, die Mobs sind eigentlich viel zu low, merke ich gerade. Ich überlege gerade, was haben wir denn? Ähm... 32k ist unmöglich, oder? 32k ist unmöglich, oder? Und 31k am besten. Das heißt, wir könnten einfach schon Crestland gehen. Das fühlt sich halt irgendwie... Hat er mir einfach gerade noch im Pfad übersprungen. Mit... Fünfeinhalb Minuten Zeitaufwand. Oh, das ist schon ein bisschen krank. Ähm... Region, Dungeon... Ah! Region... Fight... Nein, was mache ich dann? Kaidun. Ah... Ach, man zieht den Löffel der Mobs hier nicht, verdammt. Wir machen noch 119, dann gehen wir rüber. Bin ich mal recht gespannt, ja? So, genau. Ja, ich beendere die Folge nach dem Aoe. So, mein... 175% XP Boost, nett. Ähm... Und, genau. Wir leveln dann einfach beim... Nächsten Folge weiter. Also, ich fange quasi direkt die nächste Folge an. Und, ja. 219. Easy. Okay, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.